Hallo und herzlich willkommen bei Beanie Books. Ich habe heute diese Karten gebastelt und zwar einmal diese und einmal diese. Gebastelt habe ich das wieder rein nur aus Action Sachen. Dazu benutzt habe ich diese Karten 15x15, dieses Designpapier und dieses und diese zwei Stickeralben und wenn ihr sehen wollt wie ich diese Karten gemacht habe, dann schaut euch das Video an. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.